Wo bleibt denn der Zug? Ja, der ist schon lange abgefahren. Nee! Guck mal, huch! Das scheint die Leute vom Land ist gewesen zu sein. Hier ist ein Waschbecken. Die scheinen auch, glaube ich, aus der kurzen Leute gewesen zu sein. Ich würde sagen. Aber das ist, glaube ich, der ist eigentlich der einzige Bahnhof, der ist eigentlich noch nach Siemensstadt. Also am besten entstand ist der Bahnhof Gartenfeld. Da würde ich sagen, der ist mit Siemensstadt gleich auf. Hier ist auch alles zu. Oder hang ich schon nicht hier runter? Hat viel Spaß, aber egal. Guck, wir haben es noch geschafft. Ich werde den Rest jetzt in Zeit rassen. Istanbul ist drin, wenn ich mich auf mein Rad hocke. Nächte sind wie Tage hier, nur ein bisschen dunkler. Wir lieben die Fre... Ich will hier auch nicht weitergehen. Guck mal, Leute, da hinten sind nur noch die Schwellen. Warte, wo ist denn hier eine Brücke? Ist hier überhaupt eine Brücke? Nee, oder? Nee. Da sind nur noch die Schwellen. Die vom Eisen da halten. Mehr gibt es schon nicht mehr. Da vorne, die andere Brücke, wo da... Da ist die Rudolf-Bessell-Brücke. Das weiß ich. Ich will jetzt aber mal lieber zurückgehen. Mhm. So. Also Leute, es war doch nicht so spannend, weil ich hab gedacht, man kommt hier noch irgendwo weiter. Kommt man hier runter? Naja, runter kommen sie alle irgendwie, ne? Aber pfff. Hier ist ein bisschen gefährlicher. Guck mal, komm, kommt unser. Das ist ja eigentlich ihr Schiff. Also machen wir dann mal. Ja. Wir sind nicht in welchen Eingang zu hier auf. Wir kommen hier. Also wir sind nicht in welchen Ausgang hier auf ein. Aber... Vorstellen kann man sich nicht, dass hier mal eine gefahren ist, ne? Doch. Kannst du... Kannst du dir das vorstellen? Ja. Was ist das für ein Mädchen? Was ist das für ein Mädchen? Ein Mädchen als ein Student ist und als ein Freund. Haha, nicht wirklich. So Leute. Und jetzt wieder am Ende der Tour hier. Alle gucken nach oben. Guck, alle gucken da einfach nach oben zu uns. Such dir jetzt aus. Runter oder weiter noch? Weiter. Aber vielleicht vergessen wir uns die Leute ganz schnell. Ich würd mal sagen, die waren hier vor kurzem erst, ne? Nee. Zu viele Dornen. Hm. Vielleicht ist... Vielleicht waren sie ja deswegen auch hier. Sieht, dass hier schon Bäume gewachsen sind, ne? Na ja, 42 Jahre ist jetzt schon ein bisschen her. So. Guck mal. Hier. Das sind die ganzen Überreste von früher. 42 Jahre. Nee. Die passt nicht. Der Kürn, die Alupen und so gehör nicht dazu. Aber ich würd mal sagen, die ganzen Dosen. Dosen, alte Flaschen. 42 Jahre alt. Guck mal. Guck mal. Der Baum hier ist 42 Jahre alt. Vielleicht schon etwas jünger, aber... Warum? Tschüss. 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 Tschüss.